Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video präsentieren wir euch die Top 7 der besten Unterbau-Geschirrspüler. Bevor wir jedoch loslegen, möchten wir euch darum bitten, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Vergesst auch nicht, das Video zu liken und einen Kommentar mit euren Fragen oder Erfahrungen zu hinterlassen. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Nun aber zu den Produkten. Lasst uns ohne weitere Verzögerung beginnen. Die Siemens SN43HS41TE IQ300 ist eine innovative Geschirrspülmaschine, die mit smarten Funktionen und praktischen Eigenschaften überzeugt. Mit der Home Connect Funktion können Sie den Geschirrspüler bequem von unterwegs starten und über das Remote Monitoring den Fortschritt des Spülvorgangs im Blick behalten. Die Home Connect App bietet Ihnen zudem weitere smarte Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Die Favoritentaste ermöglicht es Ihnen, Ihre beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen zu hinterlegen. Dadurch haben Sie eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl nach Ihren Präferenzen. Die Siemens SN43HS41TE IQ300 ist eine smarte Geschirrspülmaschine, die Ihnen das Spülen erleichtert und für gründliche Reinigungsergebnisse sorgt. Mit den schnellen Programmen, der Favoritentaste, dem Tap-Counter und dem Aqua Stop System erhalten Sie eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für Ihre Geschirrreinigung, die Ihnen Zeit und Arbeit spart und dabei smarte Funktionen bietet. Der Bauknecht BUO 3O41PLTX ist ein geräumiger Geschirrspüler, der mit seinem Fassungsvermögen von 14 Maßgedecken beeindruckt. Mit diesem großzügigen Platzangebot eignet sich die Spülmaschine ideal für Familien und Haushalte mit einem höheren Bedarf an Geschirrreinigung. Das Gerät bietet insgesamt zehn Standardprogramme und ein Sensorprogramm, die eine optimale Reinigung für jedes Geschirr gewährleisten. Dabei stehen Ihnen vier verschiedene Reinigungstemperaturen zur Auswahl, um die Reinigungsintensität entsprechend anzupassen. Die Spülprogramme umfassen unter anderem Optionen wie Eco, Kaltvorspülen, Nachtspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, schnelles Spülen und Trocknen, Mixprogramm und Selbstreinigung. Insgesamt ist der Bauknecht BUO 3O41PLTX ein zuverlässiger Geschirrspüler mit vielfältigen Programmen, der Ihnen das lästige Geschirrspülen abnimmt und für gründlich gereinigtes Geschirr sorgt. Mit seinem geräumigen Innenraum, den verschiedenen Spülprogrammen und dem übersichtlichen Display bietet dieser Geschirrspüler die ideale Lösung für jeden Haushalt. Der Bosch SMU6ZC-S00E ist ein hochwertiger Geschirrspüler, der mit innovativen Funktionen und smarten Lösungen überzeugt. Mit der Perfect Drive Funktion erzielt der Geschirrspüler perfekt trockenes Geschirr bei geringem Stromverbrauch, selbst bei schwer trockenen Utensilien. Damit sparen Sie Energie und erhalten immer glänzend sauberes Geschirr. Das Flex-Körbesystem bietet eine flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung. Sie können den Innenraum individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen und das Geschirr bequem einräumen und entnehmen. Dank Home Connect sind die Hausgeräte von Bosch vernetzt und ermöglichen Ihnen einen leichteren Alltag. Über die Home Connect App können Sie den Geschirrspüler bequem von unterwegs steuern und haben jederzeit den Überblick über den Fortschritt des Spülvorgangs. Der Spüler zeichnet sich zudem durch seine außergewöhnliche Leisheit aus mit nur 44 Dezibel Betriebsgeräusch. Damit können Sie den Geschirrspüler auch in offenen Wohnküchen oder abends nutzen, ohne von störenden Geräuschen gestört zu werden. Insgesamt bietet der Bosch SMU6ZCS00E eine hochwertige Reinigungsleistung kombiniert mit smarten Funktionen und einem leisen Betrieb. Mit diesem Geschirrspüler erhalten Sie eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für Ihre Geschirrreinigung, die Ihnen Zeit und Mühe spart und dabei smarte Vorteile bietet. Der Gorenje GI 643-D60X ist ein großzügiger Geschirrspüler mit Platz für bis zu 16 Maßgedecke. Er verfügt über drei Geschirrkörbe, die Ihnen viel Flexibilität beim Einräumen bietet und einen vollständigen Überlaufschutz für zusätzliche Sicherheit. Die Total-Dry-Funktion öffnet die Tür automatisch nach dem letzten Spülvorgang und ermöglicht eine effektive Trocknung des Geschirrs. So erhalten Sie glänzend sauberes und trockenes Geschirr, ohne es von Hand nachtrocknen zu müssen. Der Spüler bietet insgesamt fünf Programme, darunter Automatikprogramme, Intensivprogramm, Eco-Sparprogramm, Kristallgläser und ein 1-Stunden-Programm. Die Spültemperatur kann zwischen 35 Grad Celsius und 70 Grad Celsius variiert werden und die Speedwash-Funktion ermöglicht eine besonders schnelle Reinigung. Die 3-in-1-Funktion des Geschirrspülers erkennt automatisch die Art des verwendeten Reinigungsmittels, Taps, Pulver oder Gel und optimiert den Spülprozess für den höchsten Wirkungsgrad. Dadurch erhalten Sie immer beste Spülergebnisse, unabhängig vom Reinigungsmittel. Der Gorenji GI 643D60X ist ein geräumiger Geschirrspüler, der mit seiner automatischen Türöffnung, den verschiedenen Programmen und der 3-in-1-Funktion eine praktische und effiziente Lösung für Ihre Geschirrreinigung bietet. Mit diesem Gerät erhalten Sie eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung, die Ihnen das Geschirrspülen erleichtert und für gründlich gereinigtes Geschirr sorgt. Der Bauknecht BSUO 3023PFX ist ein kompakter Geschirrspüler, der trotz seiner Größe mit einer Vielzahl von Funktionen überzeugt. Mit Platz für 10 Maßgedecke bietet der Geschirrspüler ausreichend Kapazität für kleinere Haushalte oder Single-Haushalte. Das Gerät verfügt über insgesamt 8 Standardprogramme und ein Sensorprogramm, die eine gründliche Reinigung für unterschiedliche Geschirrarten und Verschmutzungsgrade gewährleistet. Dabei stehen Ihnen vier verschiedene Reinigungstemperaturen zur Auswahl. Die Spülprogramme umfassen Optionen wie Eco, Kaltvorspülen, Nachtspülen, Sensorprogramm, Espressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm und schnelles Spülen und Trocknen. Insgesamt ist der Bauknecht BSUO 3023PFX ein kompakter Geschirrspüler mit einer breiten Palette von Programmen und Funktionen. Mit seinem platzsparenden Design und den vielseitigen Reinigungsprogrammen bietet dieser Geschirrspüler eine praktische und effiziente Lösung für Ihre Geschirrreinigung, die in Zeit und Arbeit spart und dabei gründlich reinigt. Der Gorenji GI 520E15X ist ein effizienter Geschirrspüler, der eine optimale Reinigung von bis zu 9 Maßgedecken ermöglicht. Mit seiner kompakten Größe ist er ideal für kleinere Haushalte oder Single-Haushalte. Der Spüler verfügt über ein selbstreinigendes Filtersystem, das mögliche Lebensmittelreste entfernt und die Filter vor Verstopfungen schützt. Dadurch bleibt die Reinigungsleistung auf einem hohen Niveau und Sie erhalten immer gründlich gereinigtes Geschirr. Mit insgesamt 5 Reinigungsprogrammen haben Sie eine Auswahl an Optionen für verschiedene Verschmutzungsgrade. Die Programme umfassen 60 Grad wenig verschmutzt, 1 Stunden Programm, 60 Grad Intensivprogramm, 45 Grad Eco-Programm, 35 Grad Kurzprogramm, 20 Minuten und Vorwäsche. Der Gorenji GI 520E15X bietet Ihnen eine effiziente Reinigungsleistung und praktische Funktionen in einem kompakten Design. Mit diesem Geschirrspüler erhalten Sie eine zuverlässige Lösung für Ihre Geschirrreinigung, die Ihnen Zeit und Arbeit spart und dabei für sauberes und glänzendes Geschirr sorgt. Der Bohmann GSP 7407 ist ein zuverlässiger Geschirrspüler, der Sie bei Ihrem täglichen Abwasch unterstützt. Mit viel Platz für Besteck, Teller, Tasten und Gläser bietet er ausreichend Kapazität für den Geschirrbedarf eines Haushalts. Die klappbaren Gläser- und Tellerhalterungen sowie die silbergrauen Körbe erleichtern Ihnen das Einräumen des Geschirrs und sorgen für eine flexible und komfortable Beladung. Mit seinen sechs Reinigungsprogrammen und den zwei Sprühebenen wird das Geschirr perfekt gereinigt, sodass Sie stets glänzend sauberes Geschirr erhalten. Der Spüler verfügt über eine flexible Startverzögerung von 1 bis 24 Stunden. So können Sie den Spülvorgang nach Ihren individuellen Bedürfnissen planen. Außerdem werden Ihnen wichtige Informationen angezeigt, zum Beispiel wenn Salz- oder Klarspüler nachgefüllt werden müssen. Insgesamt bietet der Bohmann GSP 7407 eine praktische Lösung für Ihre Geschirrreinigung mit vielfältigen Programmen und einer flexiblen Startverzögerung. Mit diesem Geschirrspüler erhalten Sie eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung, die Ihnen das Geschirrspülen erleichtert und für sauberes Geschirr sorgt. Das waren also unsere Top 7 Unterbau-Geschirrspüler. Wir hoffen, dieser Test und Vergleich hat euch bei eurer Entscheidung geholfen und nützliche Informationen für eure Kaufentscheidung geliefert. Die URLs zu den vorgestellten Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt einfach darauf, um weitere Details und Preise zu erfahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solche Inhalte sehen möchtet, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Interesse. Vergesst nicht, das Video zu liken und einen Kommentar mit eurem Feedback zu hinterlassen. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal!